So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video, auf Finn Luis, heute wieder ein Matchday Vlog, wieder Waldhof Mannheim, ihr habt es euch gewünscht, ja, wir haben auf jeden Fall Bock, gutes Wetter, super Wetter, kennt man nicht in Deutschland, heute spielt Waldhof gegen Regensburg, Tabellen 17. gegen Tabellen 1., ja, was soll man machen, was soll man machen, wir gehen zuschauen, unseren Bro unterstützen, KennyDogPaller, und ja, was denkst du heute? 3-0 Regensburg, sag Finn, komm, ich bin optimistisch, ich sag 1-1, wir hoffen natürlich, dass euch diese Matchday Vlogs gefallen, und ja, natürlich wieder zu spät, 15 Minuten oder so, aber, ey, Hauptsache wir sind da, Hauptsache wir sind da, let's go! Also wir müssen jetzt auch noch Tickets besorgen, weil das war jetzt alles relativ spontan, deswegen dauert das jetzt alles ein bisschen länger, aber ganz ehrlich, wir sollen mal ein bisschen die Tickets auch runtersetzen, 25 Euro für Tabellen 17, also, das ist viel zu viel. Ey, man hört die Waldhof-Fans schon von hier, das ist krass, also, ich muss echt zugeben, Waldhof, ich fühle zwar keinen guten Fußball momentan, aber die Fans machen gut Stimmung, und ey, an die Waldhof-Fans da draußen von euch, blaue Herzen rein in die Kombis, blaue Herzen! Wir sind drinne, wir sind drinne, wir sind drinne, ha ha ha! Es geht ab, Freunde, es geht ab. Es geht ab, brutale Stimmung. Tschüss! Es geht gut, es geht gut. Nummer 36, super spiel bis jetzt. Es geht ab, ich habe einen Rennen. Es geht ab, ich habe eine gute Idee. Es geht ab, ich habe einen Rennen. Es geht ab, ich habe einen Rennen. Wieder ein Standard-Tor, 1-0 Regensburg, obwohl Waldschuhmann eben viel besser im Spiel bleibt. Egal, weiter geht's, weiter geht's. Viel zu einfach, nur bitte einfach durch die Abwehr durch. Mehr Engagement wieder eng. So, 2.30 beginnt Freilich. Halbzeitstand war 1-0 Regensburg. Also, wir müssen noch mal eine Schippe drauflegen, Waldhof. Ey, auf geht's. Gut durchgesetzt. Nichts anderes erwartet von Waldhof-Fans. Wie ist das denn da? Oh, wie ist das denn da? Das war der Stoß, da der Leib kam da, um. Das war der Stoß. Einmal stehen wir auf und geschenkt ein Tor. Kein Wunder, ja kein Wunder. Wir bringen diese Energie hier rein und bringen sie mit auf dem Platz und setzen es um. Wunder! 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 Stark geschossen! Wunder! 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 Ich finde keinen Ballet! . . . . . . Ja, schwarz! Jawoll! Genau das braucht, um den Amtschitzkampf. Schade, schade. So, das war's für dieses Spiel, 2-1 für Waldo, war auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Und wenn wir öfter auf die Spiele gehen sollen, dann schreibt uns auf jeden Fall rein. Und dann würde ich sagen, auf jeden Fall die Klopfe aktivieren. Lass ein Like da und wir sehen uns zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.